Hallo meine lieben Bräute, ich melde mich aus dem Braut-Hotspot Schwarz in Tirol bei euch mit einer wunderbaren Kunde. Denn nächste Woche haben wir vom 23. an bis einschließlich 25. Trunkshow von Lilian West. Was heißt das Trunkshow? Aus dem Kofferraum raus, heißt es wörtlich übersetzt, kommt aus dem amerikanisch-englischen und bedeutet einfach eine Show mit mehr Kleidern als man selber im Geschäft hat. Sie schicken uns zu unseren bestellten Lilian West 2020er Kleidern mehr Kleider dazu, sodass ihr fast die gesamte Kollektion sehen und probieren könnt. An diesen Tagen haben wir 10% Konto, nur auf Lilian West. Also überlegt es euch und kommt vorbei. Am besten einen Termin vereinbaren, E-Mail anrufen, Facebook, alles ist möglich. Wir sind ja voll in Social Media drin. Also, hier für euch ein kleiner Vorgeschmack. Das ist ein aktuelles Kleid von Lilian West. Diesmal ohne Träger, in einem Corsagen-Schnitt, Hardline, mit einer groben Spitze. Drunter ist eine französische Spitze, ganz zart. Soft-Tül mit Spitzenapplikation, butterweich und innen ein Jersey-Rock. Alles im sogenannten Fit & Flair. Fit & Flair heißt, passt und schmeichelt. Wer will das nicht? Das heißt, wir haben eine gute Passform und zusätzlich schmeichelt es durch den schmalen, langen Schnitt. Also, selbst wenn man ein bisschen Hüfte hat, ein bisschen Schenkel, wurscht, schmeichelt. Bei Fit & Flair. Lilian West ist ein Label, was man wunderbar mit Blumen tragen kann. Passt immer zu den Kleidern und ist einfach schön. Also, meine Damen, kommt schnell vorbei, einen Termin vereinbaren. Wir freuen uns auf euch. Ciao.